tv straßen sound haben wir auf record gedrückt laufen die kameras sauber wir haben heute ein untergrund spezial am start pappke was geht dick was geht alles gut geht sie gut ja man auf jeden fit zu tun gerade aber ja es ist nice schön dass du hier bist freut mich auch dich kennenzulernen endlich mal jemand richtig von der straße straight untergrund korrigieren mich wenn es nicht so ist ja naja straße ist großer begriff also ich würde mich jetzt nicht als straßengangster so bezeichnen so aber viel unterwegs gewesen so viel erlebt von gangster war auch nie die rede so ich ja das ist schon mal so die erste assoziation aber ja kannst du schon sagen straße straße ja also über ringelblümchen und zuckerwatte bist du jetzt nett am rappen ja dementsprechend ich denke straße trifft ganz gut was man schon sagen kann man schon sagen ja sauber geil dass du hier bist was geht ab was geht ab ich möchte einen offenen einstieg in das gespräch ja jetzt nicht gleich in eine wuchtige diskussion mit dir erzählt uns doch erst mal so ein bisschen wer du bist was du treibst wo du herkommst pappke nennt man dich ich bin moabit geboren ja hab dann in lichter felde gewohnt eigentlich meine gesamte jugend und er hat aber eigentlich nie geschild so bin eigentlich immer über hingefahren so und der lichterfeld ist oma gegen dicker also eigentlich immer über unterwegs gewesen so dann irgendwann tempo gewohnt mit mucke angefangen so viel ausprobiert so viel hier auch wieder abgebrochen so dachte irgendwie lange dass ich noch irgendwie was machen muss neben der mucke so damit ich irgendwie eine sicherheit habe habe ich mir dann aber alles irgendwie so nach und nach so ein bisschen habe abgebrochen wurde wurde rausgeschmissen habe irgendwie mir doch was anderes gedacht so ja dicker auf jeden und dann bin ich irgendwann darauf gekommen macht alles keinen sinn digga ich mache jetzt mucke mache mich selbstständig dicker und die bin so jetzt bin ich hier jetzt bist du bei tv straßenzahn ja jetzt du das war das ein wunsch mal auf so eine plattform aber was jetzt auf so eine plattform zu kommen zu uns zu kommen zu anderen plattformen zu kommen bekannter zu werden im rap business klar natürlich das ist ja das weshalb ich das mache so ne also es ist ja nicht so ich habe jetzt vertrag unterschrieben dicker und jetzt wird geballert dicker und jetzt nehme ich mit auf jeden fall was geht so und freue mich auch darüber so dass interesse besteht so dass die tracks ganz gut ankommen dass ich mich irgendwie ein bisschen ein bisschen erklären kann so ne weil nur die mucke ist ja immer so man kann sich wahrscheinlich viele haben wahrscheinlich ein bild von mir was man was ich so nicht unterschreiben würde so deswegen ja freue ich mich dicker dass ich mich ein bisschen okay da ich ein bisschen unterwegs bin podcasten so wie was was denkst du denn was die leute für ein bild von dir haben ich höre mir erst mal dicker dass ich so weiß ich die leute denken halt immer dass ich ein bisschen dass ich halt miese assi bin so ne mies unfreundlich so miese atze so und dann sind die immer ein bisschen bisschen verwundert wenn ich eigentlich ganz nett bin sei ja keine ahnung komisch ja du rappst ja dass du irgendwie vier meter bist aber glaubst dass du drei meter groß bist und vielleicht haben die leute fast zwei meter aber viele mich wie drei so was andersrum was genau und vielleicht haben die leute halt dadurch so einen gesunden respekt ja dicker ist ja auch nicht falsch so ich würde jetzt auch nicht sagen dass ich jetzt der der allerliebste mensch bin so aber wer wer mir wer zu mir nett ist dicker mit respekt begegnet so den mach ich jetzt nicht fertig oder so ich bin guter junger eigentlich du man darf sich nicht trügen lassen von der musik denn am ende des tages ist auch irgendwo kunst bei dir hat man aber schon das gefühl so du hast jetzt nicht irgendwie diese trennung zwischen künstler und mensch so ich habe schon das gefühl das bist schon du der da hinter mir ja auf jeden fall dicker das ist ja irgendwie auch so ein anspruch so ne damit das irgendwie weiß nicht damit ich komme ich mache mucke damit die ich selber cool finde so ich will eigentlich die mucke machen die ich selber auch gerne hören will so und das ist für mich hat immer ein gefühl was was erzeugt wird mit der musik nur also jetzt gar nicht mal so natürlich sind die lines wichtig und die texte und so weiter aber dicker ich gebe mir auch einen richtig blöden track so mit richtig blöden lines wenn der einfach so ein feeling hat dicker und mich auf irgendeinen film bringt so und das ist auf jeden fall auch ganz wichtig bei meiner mucke so mucke ist ein gutes stichwort also du siehst zu meiner linken hier biggie und zu deiner rechten pack du machst ja ein sound der mich schon ein bisschen in diese boom bäppische old school hip hop richtung bringt ja ja selbst damit habe ich halt auch angefangen also das ist das ist so das hat mich das und graffiti hat mich hat mich halt irgendwie dazu gebracht dass ich dass ich das jetzt mache so ne wo hat das ganze kultur wo hat das sein ursprung was wo hat das wo hat das angefangen mit dem mit dem hip hop mit dem boom bäpp so hast du auch angefangen in den 90ern tupac biggie zu hören was 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 ich bin auf jeden fall team biggie so ich bin east coast also west coast auch alles geil dicker und ist dann auch irgendwie mit der zeit mehr in meinen kopf gekommen und habe ich auch mehr gefeiert aber so dieses ruffle von der east coast und so diese minimalistischen beats und ansagen so damit habe ich auf jeden fall angefangen ja und hat ja dicker also früher war auf jeden fall noch mehr so dass halt dieser dieser old school sound graffiti und so weiter alles noch irgendwie für mich mehr und auch so irgendwie habe ich das gefühl für die anderen leute so mehr zusammen gehört hat das war irgendwie so untrennbar man ist mal wenn man gegangen ist hat man immer old school mucke gehört so das war irgendwie man hat gefreestyled ich jetzt nicht so krass so aber auf jeden fall genug andere von meiner von meinen jungs so halt will so faxen gemacht einfach mal ne und das war irgendwie so dieses ganze das ganze ding graffiti hip hop mit den jungs und da auch irgendwie so diese diese stärke raus zu gewinnen dass man das im kollektiv macht dicker das hat mich eigentlich so fasziniert an der sache so dass man halt irgendwie ja dass man da halt irgendwie so seine zweite familie findet so und irgendwie füreinander da ist und das auch irgendwie versucht hochzuhalten weißt du dass man sich das auch immer immer klar macht so dass ich mit meinem brüder bin und die jungs stehen hinter mir und ich stehe hinter denen so das gibt einem viel kraft und das das finde ich halt so das geile an der hip hop szene so weißt du beziehungsweise an der hip hop kultur die szene verändert sich ja immer und so teilweise ist ja auch heutzutage nicht mehr so aber ich versuche das bisschen bisschen hochzuhalten dicker one love mäßig du hast du eine zweite familie gesucht weil es mit der ersten nicht so gut geklappt hat oder was ja naja was war da los reden wir mal reden wir andermal drüber ist nicht ist zu ist zu persönliche viele sachen passieren guck mal ich könnte jetzt einen ganzen podcast darüber machen dicker und ich würde also ich habe das gefühl ich würde das jetzt ich würde dem thema jetzt nicht gerecht werden wenn ich dir jetzt so eine dreisatz antwort gebe oder vier satz antwort so teilweise ist das auch selber noch nicht so krass aufgearbeitet so wahrscheinlich würde ich auch ziemlich viel scheiße reden werden also lassen wir einfach dieses thema vielleicht beim zweiten mal so kommen wir noch mal darauf zurück du also die leute wollen ja dich hier kennenlernen und wissen wer hinter der hinter dem künstlerpapke steckt ja ich habe respekt davor wenn du sagst hey das ist habe ich selber mich noch nicht so sagen wir so dicker um so einen kleinen einriss zu geben so es war auf jeden fall ich hatte auf jeden fall nicht also kein kein vater so ja keine vater figur an die ich mich irgendwie wenden konnte so richtig und deswegen habe ich das natürlich draußen gesucht so und habe das auf jeden fall auch gefunden bei den jungs und habe irgendwie diese werte und so dieses dieses mindset was ich habe so das habe ich auf jeden fall das habe ich auf jeden fall größtenteils von draußen bekommen so und von den jungs weißt du nicht so wirklich mit der mit der erziehung mit gegeben also dass natürlich kriegt man viel mit der erziehung mit weißt du aber so dieses ja also dieses berliner dieses dieses berliner ding dass man sich behaupten kann in der stadt dass man mit respekt zu den leuten geht so dass man dass man irgendwie nicht dass man keine scheiße redet so dass man dass man auch hier und da mal kassiert wenn irgendwie was ist oder dass man für eher so dieses ganze ding das können wir halt irgendwie deine eltern wenn die daraus nicht kommen so können die die halt nicht vermitteln so und wenn du da unterwegs bist dann brauchst du irgendwie brauchst du irgendwie leute mit denen du das die die dir das zeigen so und dir das beibringen und ich hatte das glück dass ich auf dass ich auf gute leute gestoßen bin so die mir die mir irgendwie gezeigt haben was was wichtig ist und was nicht das heißt es war so ein bisschen der konflikt dass das was auf der straße für dich wichtig war zu hause nicht so gut wie der gegeben werden konnte vertreten werden konnte und dann gab es dann kein bezug digger ich lebe halt die ganze zeit in der welt wovon meine mutter meine also ich habe vier geschwister so und die und und meine die die hat davon gar keinen plan so ne und die war auch als ich ihr gesagt habe ich bin jetzt rapper und so und ich bin jetzt hier bei meinem label walk the spray und so die ist gar nicht darauf klar gekommen die wollen vertrag sehen damit sie mir glaubt was hat sie dann gesagt hat sie hat sich mies gefreut direkt auch einer zählt aber so weißt du das ist so das ist so die konnte sich halt nicht vorstellen dass es wirklich halt ein reader beruf ist mit dem man geld machen kann und ich nicht jetzt einfach nur selbstständig bin und irgendwie in der große ende sind ist meine mutter die hat einfach angst um mich so aber ja das ist halt so dass es halt immer so so daneben geschehen weißt du es gab zu hause so und dann gab es halt draußen und das war auch irgendwie immer ziemlich krass getrennt also meine mutter hat eigentlich wenn sie zuguckt hallo aber eigentlich nichts davon mitbekommen so ja so wie das eigentlich also hätte sie auch nur belastet so ist ja alles duty war dir das wichtig das zu trennen so das zu verheimlichen was draußen geben was drin dann rauskommt einfach so kannst einfach deine mutter nicht sagen so das ist einfach so ja klar auf jeden fall ist es wichtig natürlich bis zu einem gewissen grad also man sollte jetzt nicht so ein doppel leben fühlen und alles führen und alles irgendwie verheimlichen so aber man muss jetzt auch nicht seinen eltern alles auf die nase binden wenn man gerade irgendwie ein bisschen unterwegs ist so du es gibt kinder die können mit ihren eltern über alles reden ja und dann gibt es wiederum kinder oder kinder und jugendliche vielleicht die können überhaupt nichts mit den eltern anfangen ja das ist wirklich schwarz und weiß also ach digga ich kann sehr viel mit meiner mutter anfangen das ist jetzt nicht so das ding also so meine mutter ist die beste digga es ist nur so dass ich also einfach dieses verständnis ist überhaupt nicht da weil sie einfach diese welt nicht kennt und deswegen würde alles was ich ihr so was ich ihr so erzählen würde würde einfach erst mal eine riesen lange erklärung mit sich ziehen so und zweitens wäre dann auch nichts besser irgendwie du triest du ziehst du ziehst aber trotzdem dein ding durch straight klar ja also auf jeden fall und sie ist am ende sie ist ja so wenn ich dann den vertrag habe und wenn dann irgendwie alles in die bahn läuft so dann sind ja auch alle irgendwie glücklich hast du da dick stress irgendwie mit diesem glaub mir ich mache mein ding vertraut mir und auf der anderen seite so hey mach lieber so mach lieber so war das so in deiner jugend ein problem dass du deinen kopf durchsetzen wolltest ja aber eigentlich immer nur mit mir selber so also also meine mutter hat mir da jetzt nicht so groß reingequatscht ich habe mich eigentlich mal machen lassen so und habe mir vertraut wofür ich ja auch echt dankbar bin so aber ja das war so für mich selber halt irgendwie so ein ding weißt du weil ich halt immer so das gefühl hatte dass dass sich selbstständig machen eigentlich nur bedeutet dass man broke ist so weißt du das war so in dem kopf drin und deswegen habe ich eigentlich immer nach irgendwas genug gesucht irgendwie was so safe ist und ja dicker ich habe viele also ich habe todes viele jobs gehabt so und habe dann auch angefangen zu studieren einmal dicker und dann zwei ausbildung angefangen habe ich abgebrochen und halt immer nur weil ich dachte so okay dicker ich brauche ich darf auf jeden fall nicht in der gosse enden sozusagen ich brauche auf jeden fall irgendwas was mich erstmal absichert so und dann kannst du mal gucken wie das mit mucke ist so ne das war eigentlich immer so der film und dann habe ich mich halt irgendwann geschafft so davon zu lösen so weil ich hätte gemerkt habe dicker also ich habe ich weiß noch dicker es gab einen so moment dicker ich war in der tu eingeschrieben dicker für wirtschaftsingenieurwesen ja und das ist so dicker die nehmen erstmal jeden und dann hast du da so 2000 schüler in einem studenten in einem semester und dann musst du halt gucken so ne und dann habe ich mir zwei semester gegeben dicker und dann saß ich da nach zwei semestern weiß ich noch saß ich da in dieser in dieser bibliothek da vor analyse 1 diese kacke alter und habe irgendwelche exponenten rumgerechnet so und war mir so dicker wenn ich das jetzt noch ein zwei jahre mache so dann bin ich mies depressiv und komme gar nicht klar und ich muss jetzt irgendwas machen was mir wodurch ich glücklich werde so und dadurch habe ich halt geschafft so mich irgendwie von diesem gedanken zu lösen dass ich jetzt eine sicherheit brauche so indem ich mir einfach gesagt habe dicker wie wirst du glücklich punkt so ja das ist gar nicht mal so einfach das war überschwer darüber zu kommen ich habe lange viel gebraucht was war so der ausschlaggebende punkt was hat so wirklich dahingehend geholfen war das die zukunftsvision die wo du dir nicht vorstellen wolltest oder was war es ich habe mich einfach ziemlich lange selber belogen und habe dann irgendwann einsehen müssen dass einfach dicker als ich 20 war habe ich gesagt ich werde alles außer künstler so weil ich so eine so einen knack davon hatte dicker weil da irgendwie weil ich so viel negativbeispiele hatte dass ich dachte so das geht wirklich nicht klar so und dann ja habe ich mich halt die ganze zeit im prinzip selber belogen und irgendwann habe ich eingesehen okay dicker du bist halt klingt jetzt behindert so aber du bist halt einfach ein künstler dicker und 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 lass das raus krass hast du dagegen dein eigenes künstler werden oder künstler künstlerisches schaffen rebelliert oder was hast du so unterdrückt richtig dagegen gearbeitet so ne weil ich irgendwie weil ich irgendwie dachte dicker du brauchst irgendwie ich bin halt irgendwie immer ziemlich radikal in meinen gedanken und damit den ausführungen so dicker und deswegen ja habe ich mir halt immer gesagt nee dicker du brauchst jetzt auf jeden fall du brauchst jetzt dies das und scheiß mir jetzt da drauf du machst jetzt das ohne einfach wirklich in mich zu gehen und zu sagen dicker wo bist du denn wo fühlst du dich denn am besten so als du in der tu gehockt das davor vor deinen aufgaben hast du schon gehabt ja immer so nebenbei halt so ich habe eigentlich als ich bin mit 17 ausgezogen und dann habe ich in temphof gewohnt und da habe ich ein bisschen angefangen mit mucke aus selber produzieren dann hatte ich das immer so weitergezogen dicker dann habe ich irgendwann fidelix kennengelernt durch meinen kleinen bruder und der der wahrheit der kommt aus texas das ist so ein rapper aus texas und der hat so die der bereist so die welt und macht straßenmucke das ist so sein ding und den habe ich an der warschauer straße getroffen da hat er immer straßenmusik gemacht mit so einem amplifier sich hingestellt und für geld halt gerappt so und wir haben sogar todes gefeiert und dann haben wir halt mit ihm haben wir kennengelernt haben das auch mal gemacht so und dann stand ich da auch irgendwie einen sommer lang immer an der warschauer somit was ist ja und hab da grab dicker ja und da habe ich denke ich habe da übertrieben viel gelernt so ne weil du hast halt erst mal erst mal kommen da viele somit so gitarrenmucke so und so über schön und dann laufen da die ganze irgendwelche muttis vorbei mit ihren kinder wegen und sind so auch über nice und dann komme ich da so mit meiner mucke so und dann laufen natürlich erstmal immer alle weiter so ne und ja da lernst du halt dass du damit klarkommst dicker und dann halt auch wie du deine dass du halt deine tracks präsentiert so wie du mit der luft klarkommst und sowas also da habe ich eigentlich dann gelernt zu rappen so und dann habe ich durch im fidelix halt auch nicht viele auftritte und sowas gehabt weil der schon ein bisschen größer war und mich dann immer mitgenommen hat so hat mich immer vorgruppe machen lassen und sowas und dann habe ich halt so nebenbei bin ich halt besser geworden so und habe irgendwie weiter aufgenommen ich habe mich schon immer selber aufgenommen so er hat dann irgendwann angefangen auch beats zu produzieren ja und das hat sich eigentlich immer so weitergezogen so ich habe auch also zwischendurch in welche release ist gemacht so mixtapes und jetzt aber nicht mehr nicht mehr am start so ja dicker also ist eigentlich die ganze zeit gelaufen krass er wirklich meinen dicksten respekt weil es ist schon was anderes zu sagen hey ich habe meine rap karriere als straßenmusiker angefangen als in der booth und dann über instagram und dann über youtube und dann so wie es halt auch gehen kann aktuell so bist du jetzt auch noch nicht steinalt du hättest ja auch den weg wählen können ja über instagram videos handy videos etc aber es ist halt so dieser old dieser old school gedanken ja dieser cipher gedanke dass man sich da hinstellt so und mich hat es irgendwie und außerdem dicker wenn du infidelix da siehst mit seiner mucke der macht er in einer halben stunde macht er da 300 euro auf easy so okay das ist über krass und dann dachte ich mir so dicker so ich bin broke dicker gib ihm was hast du gemacht in einer halben stunde vor vier oder so am wortenende wenn es gut lief so ja gut aber das würde heißen in der stunde ein hunni ist auch ein stabiler stundenlohn ja aber mehr als eine halbe stunde stunde machst du dann auch nicht weil da ist dann immer so eine viele reihen sich so an und es ist anstrengend weil überall penner sind und junkie so die wollen immer dein mikro haben so die dancen rum verscheuchen alle leute die da so die mucke hören wollen so ja aber ja das war auf jeden fall dicker richtig film so weißt du weil der warschauer straße da sind ja auch nur die ganzen punkts und so mit dem war man dann auch irgendwann cool wenn man da die ganze zeit ja es ist halt so du siehst auf jeden fall du siehst auf jeden fall ganz unten so und auch traurig dicker ja du siehst halt diese ganzen ich habe leute gesehen dicker die sind da 17 weißt du 18 kommen dahin so voll so auf ja lass ein bisschen party machen so und ein jahr später so sind die einfach obdachlos dicker voll die punkts so richtig so die augen eingefallen deprimiert und dann denkst du bruder so ich kann nichts machen aber es tut mir mies leid so ne für alle leute die sich gerade vielleicht fragen was meinen die hier mit warschauer und warschauer straße also vielleicht für alle leute die es nicht kennen ist ein berliner knotenpunkt ja mitten in friedrichshain und ist auf jeden fall eine sehr sehr belebte ecke würde ich sagen die s-bahn ist da direkt dicker da fahren vier s-bahn und dann ist da direkt der u-bahn der u-bahnhof also da hast du eigentlich alle fünf minuten so hundert leute die da vorbei rushen so ne und da warst du einfach straßenmusiker ich mich flasht das brutal ja weil ich selber bin da auch schon natürlich hundertmal dran vorbeigelaufen so und ich hab meinen allergrößten respekt vor dir wenn du deine deine rap karriere so anfängst und das einfach beschreibst hast du gesagt dass du gehst auf die straße alle in berlin wirklich auf die straße wo die menschen sind und fängst da an zu rappen das ist der hammer echt ich flasht mich selber weil das hört man auch nicht jeden tag so hey wie kommst du zum rap du ich habe mich auf die straße gestellt und habe dann halbes jahr gerappt und dann erst ging es dann mit internet los oder was auch immer das ist eine schule eine kalte schule eine kalte dusche eine alte schule die nicht jeder macht so weißt du ja aber das also für mich war das mies wichtigste ne also und die ganzen auftritte die ich danach gemacht habe so der hätte ich auf jeden fall die hätte ich reihenweise verkackt hätte ich mir nicht vorher da hingestellt und geguckt wie ich die sachen mache so ne ja also das ist also für mich war das auf jeden fall schule so eigentlich ja das glaube ich und dein dein musikalisches vorbilder der hat sich dann halt hier und da mal auf auftritte mitgenommen hast du erzählt ja jetzt nicht musikalisches vorbild eher so ja vorbild ist vielleicht ein falsches wort aber einfach so einfach dein partner vielleicht ja und auch einfach so das ist halt wieder so ein ding mit dieser hiphop kultur dicker es war halt wieder so ein so ein puzzle stück so von aus dieser aus diesem ganzen aus diesem ganzen kosmos der einen dann halt wieder geflasht hat so dann ist meine zeit nur mit dem unterwegs macht auftritte macht dies dann ist also du das ist halt ja wie du halt gesagt hast das hat mich am anfang ganz genauso geflasht dicker und ich habe da an der warschau geschaut das erste mal habe ich das meinte ich so ja okay ich mache heute auch so habe ein paar beats von mir mitgenommen dicker und dann habe ich mich nicht getraut dicker sag ich dir ganz ehrlich und dann habe ich am nächsten tag habe ich mir das mikro genommen und dann ging es auch klar sondern sind auch paar leute angehalten und sowas aber ja also bist dann so wirklich bist du dann wirklich klarkommst dicker musst du drei vier mal spielen so und musst dir halt diese ganzen arzen reinziehen die vorbei laufen so und dann kommt mal jemand so und dann hat mal jemand bisschen gnade so wirft bisschen geld rein so ach wegen dem geld machst es ja auch eigentlich nicht so ist ja eigentlich wirklich so wegen diesem feeling und wegen diesem ganzen auch wegen den ganzen leuten dicker das waren teilweise 20 leute die dann da gechillt haben so alle am rappen so und miese cyphers gehabt und so bevor du ja du lebst halt so diese diese kultur damit irgendwie aus ich nehme an in diesen kreis passt dann halt auch einfach geil dieser new york weib auf denen du so stehst so dieses musikalische dann da auf der straße stehen auf den aus den boxen kommt dann eben dieser berühmte sound und das passt dann halt auch wahrscheinlich auch perfekt ja ja auf jeden fall das hat irgendwie also zu der zeit denken also wenn man das aktiv macht dann denkt man sich ja nicht so ordens das passt jetzt so genau gerade zu meinem film so du bist einfach unterwegs feierst irgendwas und dann machst du das und dann am ende guckst du darauf und dann denkst du dir so ja mann ist ja voll voll hiphop gewesen oder ist ja voll dies gewesen oder voll das ja so ist das eigentlich eher das passiert so die sachen die passieren immer einfach und am ende denkst du dir alter das passt ja übertrieben zusammen aber eigentlich hast du keine ahnung was da machst du ja hattest du angst so ein bisschen damals als du da standest gerappt hast vielleicht möglicherweise so in anführungszeichen enden zu können wie diese leute die du gerade beschrieben hast dass die da hinkommen ein jahr später obdachlos sind also die ist jetzt nicht dadurch gekommen so also es ist berlin dicker du siehst halt ich gehe aus der tür raus und sehe drei penner so die gerade richtig krass am verzweifeln sind weil sie nichts zu essen haben und heulen so und irgendwie weißt du und das ist halt da nicht anders dicker also die ganze stadt ist voll mit diesen leuten und ich habe in meinem freundeskreis auch genug leute die irgendwie dies hat leider nicht geschafft haben dicker und die echt ja um die also die mir echt leidtun dicker und genauso ist das halt dann da du siehst viel so und ob du da aber damit klar kommst und dich da rein ziehen lässt es entscheidet sich dann nicht an dem ort und es entscheidet sich eigentlich das ist halt dein mindset wie du wie du dahin gehst so also wenn du irgendwie bock hast abzurutschen so dann kannst du es dann natürlich gut machen aber wenn du keinen bock darauf hast dann rutschst du auch nicht zwangsläufig an der warschau ab weil du da chillst so zwangsläufig denke ich nicht aber wenn ich so an den normalen künstler oder künstlerin denke die auf eine für musik ausgerichtete bühne platziert wird wo das publikum ganz klar rap fans beispielsweise sind so weißt du das nimmt sich nicht viel das sind künstler da sind die fans die beeinflussen sich alles gut bei dir ist es so diese ecke ist heftig ja also da da sind clubs da sind techno clubs da sind viele da ist ja auch eine offene szene da sind leute die konsumieren viel und zwischen diesen leuten und dieser gegend warst du dann halt einfach und hast da deine mucke gemacht und ich sage nicht dass es zwangsweise so sein muss dass man sich beeinflussen lässt aber ich sage auf jeden fall dass es zu 100 prozent zur beeinflussung kommen kann safety aber es ist ja auch also was ich damit auch nur sagen wollte ist ja dass ich dass ich nicht ich bin jetzt nicht losgefahren und bin zur warschau gegangen und dann waren da diese leute und ich muss veraufpassen sollen ich war sowieso immer mit diesen leuten die mann weißt du also das meine ich hätte mit ich war sowieso auch vorher schon an der warschau ich war die gar ich war glaube ich mit 13 das erste mal im club so war und habe wir haben wir haben früher immer so ausweise gefälscht sticker wir haben uns so von kippenpackung diese diese zahlen ausgeschnitten den preis und da war früher immer so dieses eu zeichen hin das war genau das gleiche wie von dem perso dicker dann haben wir auch so ein paar haben das so ausgeschnitten und dann so richtig schlecht so aufgeklebt und dann haben wir versucht in so clubs ab 16 zu kommen so weißt du so vcf gab es da früher so irgendwie hackischer mark war das glaube ich so und deswegen also wir waren ich war sowieso immer viel am feiern dicker und deswegen und vier am sprühen und halt rumrennen so mancher schon und deswegen das ist sowieso dicker das überall in warschauer ist eigentlich genau ist eigentlich ein sinnbild von berlin auf 100 prozent so weißt du aber du hast das im rest der stadt hast du das auch aber halt weniger weniger vertreten soll das zentriert sich dann da halt so und deswegen musst du überall in der stadt aufpassen dass du nicht abrutscht dicker das ist dann an der warschauer halt so eigentlich ist an der warschauer leichter weil da siehst du wohin es gehen kann so weißt du siehst das ja wenn du irgendwo in der stadt unterwegs bist und in einen typ kennenlernst der mies am rumticken ist hat mies viel geld so mit dem bist du unterwegs dem geht es gut so da bist du ja eher so dass du denkst okay morgen mache ich weiter mit dem und dann bin ich wieder unterwegs so und dann mache ich voll das high life so anstatt dass sie an der warschau bei den ganzen pennern denkst du oh ja ich glaube heiko baut draußen also passiert ja nicht so deswegen würde ich sagen da ist fast sogar schon leichter irgendwie diesen abstand zu bewahren so weil das eben so krass weil die so krass durch sind halt auf jeden fall die sind krass durch leider ja sehr viele menschen die hier draußen unterwegs sind in berlin sind krass durch dicker aber das sind alles gute menschen also ich vielleicht kommt das jetzt gerade so rüber als wenn das irgendwie so ich sag so hier penner und so und punkstar dicker so ich liebe die so das sind da gibt es richtig gute menschen dicker und deswegen meinte ich ja schon am anfang so da viele gibt es da die tun mir echt leid so man man kann halt wenig machen so aber ja dicker ich habe halt so also die diese kaputten leute dicker das sind alles eigentlich gute seelen so die halt die halt schlechtes widerfahren haben so und deswegen wenn man da so ein bisschen mit so einer mit so einer grund anspruch rangeht so dann dann ist es auch eigentlich dann merkst du irgendwann okay die sind zwar verkrackt aber eigentlich reden die genau den gleichen scheiß wie jeder andere auch so ne du absolut ja dass dass wir das nicht aus dem kontext nehmen ich möchte nicht abfällig über leute sprechen die auf der straße leben manche werden halt krass gefickt vom leben dicker so ne und dann passiert das halt dicker und so wer ist man dass man dann darüber urteilt absolut ja ja das finde ich wichtig und richtig dass du das hier auch noch mal so sagt so wer bist du auch schon dass du über irgendwelche leute urteils die du nicht kennst die du siehst und denkst ey der ist so du es gibt richtig viele seelen auf der straße die offensichtlich so aussehen als wenn sie irgendwie heruntergekommen oder so die früher in einem früheren leben voll die krassen dinge gemacht haben einfach heftige persönlichkeiten waren das geht so gerade die leute die so heftige persönlichkeiten waren die sind ja auch genauso anfällig dafür dass sie irgendwann abrutschen so und ich meine ich meine die leute die so heftige persönlichkeiten sind und die dann was werden so die also da die die wirfst ja nicht in eintopf mit denen die es nicht geworden sind du siehst nur die die was die was geworden sind so und dann guckst du die vita an und denkst ja ah ja der hat es geschafft so aber dass der aus der gleichen gegend kommt wie wie die drei vier anderen die es nicht geschafft haben die jetzt war schwarzen so bringt es halt nicht zusammen und deswegen verliert das so ein bisschen den kontext so aber ja 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 ist auf jeden fall ein komplexes thema aber ich würde gerne noch mal auf eine sache darauf eingehen die du gerade gesagt hast warum bist du eigentlich mit 13 jahren schon auf die suche nach action gegangen und wolltest den clubs und so war das so lukrativ weil du so in berlin gewohnt hast oder was hast du gesucht dk wir haben halt nur ich meine ich bin ich habe nicht da fertig gewohnt bin von der schule nach hause gekommen und bin rausgegangen so und da habe ich und dann war ich draußen immer so und wochenende auch immer draußen und wenn du als kleiner junger in berlin bist digga was machst du draußen ich war sprühen digga habe scheiße gebaut habe im sommer an irgendwelchen sees gechillt und gemalt und im winter in clubs und habe halt irgendwie ja ich habe halt so ich habe halt mir diese stadt gegeben irgendwie sind dann ja keine ahnung also woran das jetzt liegt dass man das so sucht weiß ich nicht gibt ja viele die das machen digga es ist einfach so man ist man ist jung man hat bock irgendwie auszurasten und und dieser und diese stadt ist halt ein perfekter spielplatz dafür so und dann ja machst du halt so eine sachen und dann ja keine ahnung geht das irgendwie weiter das hat dann irgendwann digga ich war wie gesagt mit 13 14 so waren dann soll mal das erste mal club so und dann war ich mit 17 im berghain immer und also wirklich jedes wochenende digga und habe mir richtig gegeben so und dann war halt immer so so du gehst halt donnerstag freust dich schon auf dem club freitag machst du irgendwie party samstag gehst du im club sonntag bist du mies raus montag kommst du gar nicht klar dienstag wieder bisschen mittwoch bisschen schule donnerstag wieder weißt du so das ist so was ein kreislauf auch ja und irgendwann hast du dann halt keinen bock mehr darauf beziehungsweise ordnet sich dann irgendwie neu um so bei mir war dann so ich bin ich bin irgendwie 18 geworden konnte dann das erste mal irgendwie legal in diese ganze club so heißt es noch ein halbes jahr gemacht und dann hatte ich keinen bock mehr irgendwie also es waren auch durchgespielt irgendwie war so eine phase danach voll die phase dicker und heutzutage bin ich auch gar nicht mehr also so zu ausgewählten partys gehe ich ganz jetzt ja sowieso corona als gefickt so aber zu ausgewählten partys gehe ich eigentlich gehe ich ganz gerne aber so jetzt wieder so eine stunde anstellen so und dann mit diesen ganzen den ganzen opfern auf der tanzfäche so weißt es ist ja auch das ding die gab wir haben uns auch ziemlich wir uns auch ziemlich zugeknallt so weißt du und du diese ganze liebe die immer in den clubs herrscht und diese ganze viel free und dieses und dieses ding das ist halt auf kosten auf kosten des upturns die zwei tage danach so und das war eigentlich so diese diese körperliche anstrengung und das was das mit dem körper macht so dieser ganze konsum und sowas und diese ganzen club sachen so das habt dann irgendwann hat mir dann einfach irgendwann gereicht so ja wir sind wieder zurück ich habe dich gerade gefragt ob du wie wie sah das aus mit deinem konsum in zeiten von berghain und trommer war zu also ohne jetzt so viel war zu viel digga war auf jeden fall zu viel war für das alter dick also ich war 17 so ne ich wollte gerade fragen wie alt warst du da 17 okay ja so ja war auf jeden fall zu viel ist nicht noch mal woran misst man dass es zu viel ist hatte gerade merkst du es auf jeden fall an dem abfuck danach digga und wie du dich fühlst digga und wie diese ganze einfach was so was für filme du schiebst einfach und auch dieser ja digga ja manche leute fühlen es gar nicht und dann ist es irgendwann zu spät ja digga eigentlich ist es auch nicht wirklich zu empfehlen digga weil wenn du irgendwann anfängst damit auf partys also größten bei techno wenn du irgendwann auf techno partys anfängst zu ballern dann kannst du halt nicht mehr auf techno feiern ohne ballern weil dann ist nicht mehr geil und dann bist du halt verliert es halt so eigentlich so ein bisschen den die idee an sich besser weil du merkst dass zwar alles mit drohungen viel intensiver und es ist alles viel krasser aber es ist auch irgendwie trügerisch so und du feierst auch sachen die du sonst irgendwie irgendwie richtig kacke finden würdest und richtig behinderte sachen so weißt deswegen ist es auch alles nicht so wirklich die realität aber für mich war es also es lässt sich auch nicht abstreiten dass es auch einfach ein unglaubliches gefühl ist wenn in diesem riesen club da stehst mit diesem todes also ich meine ich bin jetzt ich bin da hingegangen wegen der mucke und wegen diesem krassen soundsystem das ist eine alte sind als heizkraftwerk dicker und diese fangen schon morgen boxen so das zieht dir einfach die hosen aus wenn du da auf der tanzwäsche bist digga das über krass und deswegen war das so das non plus ultra als wir feiern gegangen sind weil da irgendwie also ja es wahnsinn was da geht digga so geil ich glaube die wenigsten würden nachdem sie deine mucke gehört haben denken dass du techno hörst dachte ich habe eine zeit lang techno aufgelegt digga ja auf jeden jetzt nicht so krass professionell aber ich habe mit dem kumpel auf jeden fall angefangen der ist jetzt mittlerweile auch dj so mit dem bin ich früher auch mal in clubs gegangen so ja digga auf jeden fall ich habe mir viel techno gegeben richtig viel und rap natürlich auch die ganze zeit ich höre auf jeden fall viel musik irgendwann ist dann dieses techno von diesem brachialen bisschen übergegangen und so die pause und so diese 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 so diese beste weißt du was ich meine so die so ein bisschen so dieses warme gefühl geben so und ja da bin ich jetzt mittlerweile so ein bisschen mehr drauf so aber es hängt auch immer voll von dem von dem gemüt zustand ab weil keine ahnung jetzt in der corona zeit so dass man so abgefuckt irgendwie alles drückte auch von einem jetzt würde ich am liebsten gerade auf eine techno party gehen so ja aber wenn man wenn irgendwie sommer ist wir alles gechillt so dann ist einfach so ein bisschen die pause so vielleicht noch irgendwie draußen am wasser so das ist jetzt auf jeden fall eher mein film so wenn ich reingehe du kannst also du sag mal kannst sag ich mal so ein bisschen variieren zwischen der heute euch mal techno morgen höre ich mal hiphop so gibt ja auch künstler vor allem auch so rap artist die versteifen sich oftmals auf rap und hiphop bei dir ist es anders ja ich muss halt andere so ich mache ja auch die ganze zeit beats dicker sonde ich sitze die ganze im studio macht entweder meine beats oder oder schreibt hexte so und jeder der beats macht der wird das kennen du hast einfach irgendwann so diesen punkt da findest du erstmal alles scheiße was du gerade machst und zweitens kriegst du auch nichts mehr hin und dann musst du dich irgendwie da musst du irgendwie mal eine halbe stunde stunde was anderes machen und dann kannst du dir halt dein handy nehmen und auf instagram chillen oder du hast ein bisschen haus oder du hast halt irgendwie hörst du irgendwie die musik dicker was ich auch gerade tot höre dicker ist darkwave so post punk so russischer darkwave dicker über krasse musik dicker höre ich die ganze zeit rauf und runter so und das sind dann halt irgendwie techno und halt so diese 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 sachen so das ist halt ein einfluss der sich dann irgendwie in den in den beats widerspiegelt weißt du das sind dann irgendwie synthesizer die man irgendwie gehört hat und die man dann vielleicht einbaut so eine kleine weiß ich wenn man jetzt das album hört wird man auf jeden fall viele das sind viel bunt gemischte sachen irgendwie und viel einflüsse zu hören so und wenn man darauf achtet dann wird man da wird man da die techno einflüsse hören und auch die und auch die darkwave einflüsse beziehungsweise diese diese gitarren einflüsse oder was auch immer also du hast ja immer irgendwelche prägnanten sachen die so für eine für eine ton für eine musikrichtung stehen so beim techno sind es jetzt für mich irgendwie die synthesizer und sowas und dann irgendwie bei diesem bei diesem rocking sondern irgendwelche gitarren samples oder sowas ich finde da sollte man sich auf jeden fall immer so ein bisschen so ein bisschen weiter bilden dicker weil sonst hast recht sonst versteift man sich halt und dann macht es auch keinen sinn also wenn du jetzt nur rappst ist glaube ich was anderes so aber weil ich weil ich halt die beads die ganze zeit mache und das auch noch die ganze zeit meinen kopf weg brauche ich einfach irgendwelche anderen sachen die ich mir dann zwischen her baller so und die mir dann vielleicht mal eine neue idee gehen weil im prinzip geht es eigentlich nur darum so denn kreativ level hoch zu halten so ne und wenn der kopf gerade zu voll ist dann musst du ihn kurz mit irgendwas anderem voll machen damit du dann wieder platz hast für die für die mucke so das heißt die beads aktuell produziert auch du selbst ja ja alles komplett aus eigener hand nicht alles komplett also ich bin auf jeden fall ich kann drums kann ich richtig gut so beziehungsweise kann ich so dass sie mir halt gefallen besser bin ich auch ganz gut drin bei melodien habe ich kann nicht klavier spielen dicker ich kann auch keine noten lesen ich habe keinen plan von macht es halt immer so sehr intuitiv und deswegen bin ich da ganz froh wenn wir da leute irgendwie irgendwie zur seite stehen dann hier mal eine melodie schicken oder so also ich hatte jetzt ein paar produzenten auf dem album da war zum beispiel pardo der schickt mir mal sachen die ich dann irgendwie neu 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 gestaltet so dann war rauch am start bovsky mr g's also das sind das wechselt sich dann ab also so rauch und mr g's die haben mir fertige beats gegeben so die habe ich dann grab da war eigentlich nichts mehr daran auszusetzen so mit bovsky und pardo ist dann eher so dass sie mir dann so loops schicken oder irgendwelche melodien so und ich kenne mir da noch mal vor so ja macht er irgendwie so dass sie nach papp geklingen so und dann baue ich das habe am ende alles zusammen nehme das alles selber auf und dann schicke ich das zu mixen und mastern es ist so witzig alle weißt du du erzählst dir du bist als straßenmusiker gewesen du bist hast bühnen gesehen schon von kindheit an du bist mit 13 14 15 in clubs gegangen weil die musik dich geturnt hat hast du nicht gesehen du hast hier bist dj geworden techno waren thema so weißt du ein bisschen ausprobieren hast dich auf jeden fall damit befasst und bist dann letztendlich mit zwanzigern in die tu berlin gegangen um dann zu studieren und hast dann festgestellt du willst doch künstler werden so weißt du wenn du mir das jetzt so erzählst liegt es für mich so knallhart auf der hand ja das ist ja auch das blöde daran dicker das ist auch für mich es lag ja auch die ganze zeit so auf der hand und deswegen habe ich mich auch so deswegen dagegen gesträubt dicker weil das halt so es lag ja so krass auf der hand und ich dachte mir aber dicker wenn ich jetzt künstler werde so dann wird es ja ich hatte zu viele negativbeispiele so ne aber klar dicker am ende sagst du dir immer wenn du am ende rauf guckst meinte ich ja eben schon da denkst du ja mann dicker passt alles mich zusammen also liegt doch auf der hand aber wenn du gerade diesen film diese filme schiebst so dann merkst du das nicht aber ich feiere das trotzdem dass du auch so sagen konntest hey sicherheitshalber oder parallel mal was versuchen was aufzubauen ja dicker das lief halt immer so nebenbei so ne also ich habe halt immer so ich war nie jetzt irgendwie der krasseste schüler oder war jetzt ich war echt auch nicht besonders gut da in dieser in dieser uni also es klingt irgendwie ganz gut aber also ich habe da nicht eine prüfung ich glaube eine prüfung habe ich geschafft so ein modul dicker aber der rest da bin ich dann durchgewählt sie es war auch echt hart an der unise ja also da war ich irgendwie mit drei vier leuten mit denen ich da die zwei semester durchgebrockt habe wir sind alle durchgefallen so obwohl wir uns wirklich den arsch aufgerissen haben so du redest auch von maschinen ja ja maschinenbau dieser ganze kram ja es war natürlich viel aber so das lief halt irgendwie immer so nebenbei und ich habe immer das nötigste gemacht weißt du und aber halt auch nicht mehr und ja weil du wahrscheinlich im tiefen herzen wusstest so dass dein platz woanders ist wo kommt das her hast du in der family musikalische wurzeln irgendwo macht jemand onkel tante irgendwer musik dass du so von früh an schon bock hattest dich da in die richtung zu entwickeln naja ich hatte ja eben kein bock darauf also es gibt leute in meiner familie die machen die machen auch was auf bühnen und sowas und daher kommen aber halt diese negativ beispiele so weißt du deswegen habe ich mich deswegen so immer dagegen immer dagegen gesträubt so und und ja dachte mir dicker du musst erst mal hätten haufen cash machen bevor du dir irgendwelche faxen machen kannst du den welcher da ist der punkt ich verstehe okay wieder das gute alte cash thema ich bin broke mein ganzes leben lang mein ganzes dicker ich wache morgens auf und denke an cash dicker dass ich cash brauche und ich wache und ich abends dicker lege ich mich hin und denke mir dicker wie kriege ich morgen cash es ist so cash rules irgendwie ist es halt wenn du keins hast auf jeden fall ja aber jetzt bist du an den punkt gekommen dass du akzeptiert hast dass du gerne künstler sein möchtest hast du vertrag bei einem label und bist jetzt rapper herzlichen glückwunsch kann dir leider keinen abschluss in die hand drücken aber sieh das hier ganz als deine zeremonie des ankommens in der rap szene bei tv straßen sounds ja man geil ich kann uns ein bisschen ja verrückte story wirklich hier mit der straßenmusik und das hat mich echt geflasht da gibt es auf jeden fall auch noch mehr da kann man ja wird sich ich habe auf jeden fall viel so ich bin in berlin aufgewachsen so habe viel gemacht da gibt es immer irgendwelche irgendwelche sachen die man erlebt hat und so deswegen ja kann man auf jeden fall vielleicht treffen uns ja noch ein zweites mal dann habe ich ein paar sachen du wer weiß wenn man dich fragen darf wie alt bist du eigentlich 26 26 und für viele leute ist es ja gerade als newcomer so ein ganz großer schritt in der karriere irgendwo zu unterschreiben kann ich mir vorstellen dass man sagt endlich den deal oder wie auch immer ja wie ist es bei dir fühlst du dich angekommen oder ganz im gegenteil jetzt erst recht ja ja ich fühle mich halt krass ja ich fühle mich mies angekommen das ist eigentlich alles jetzt genauso wie ich mir das immer ich mir das immer vorgestellt habe so ich habe mies kompetente leute um mich rum so dass das alles läuft alles richtig glatt so ich kann viel arbeiten ich habe viel weißt du das schlimmste ist dicker wenn du nichts zu tun hast und ich weiß was du als nächstes machen musst und in so einer in so einer schleife gefangen bist dass du eigentlich die ganze zeit nur rumhängst und irgendwie was machen willst aber irgendwie nicht so richtig in den in den tritt kommst du nur und dann und dann bewegst du dich immer in so einer schleife und kriegst nichts hin so und ja das schafft halt abhilfe dass du ein gutes team um dich rum hast so und deswegen also eigentlich ist es halt so gekommen dicker ich habe mir ich habe mir gedacht dicker ich mache mich jetzt selbstständig ich werde jetzt musiker so ich nehme jetzt einen kredit auf und drop im album das war der ursprüngliche gedanke und dann bin ich halt habe ich bin ich zu patrick thiele gegangen so habe ihn angeschrieben und meinte bin hingekommen in sein büro und meinte so dicker ich brauche eigentlich nur noch marketing so mäßig den rest habe ich so und was die behindertste aussage war in dem moment habe ich aber in dem moment nicht gecheckt so patrick aber zum glück und der meinte dann so ja dicker komm lass mal mit diesem kredit so ich gebe dir hier einen vertrag und dann machen wir so und das ist so gelaufen ist dicker das war mein größtes glück dicker weil hätte ich das hätte ich so gemacht wie eigentlich geplant mit diesem kredit und dann wäre corona gekommen ich wäre im arsch jetzt ich wäre richtig gefickt also das hat mir echt irgendwie so das hat so ja das hat so gerade so noch so in letzter sekunde hat das alles irgendwie für mich richtig gestellt so und ja jetzt am ende machen wieder die ganzen sachen einen sinn dicker wie so oft im leben das ist krass dick also am ende denkst du diese hast du dann so wörter wie schicksal und so im kopf nur und denkst dir so alter das ist doch alles so ein zufall dicker wie konnte das so laufen da muss doch irgendwie bist du gläubig eigentlich nicht also also ich halte auf jeden fall nix von der von dieser kirchen auffassung von der religion aber ich würde auf jeden fall auch nicht sagen dass ich denke da ist da ist nix aber ich würde das so es ist es ist ein schwieriges thema dicker also was ich am ehesten sagen würde wer glaube ich dass ich dass ich an so eine gewisse art von energie glaube die auf der welt besteht und die in jedem menschen existiert und eine gewisse art von synergien und anziehung zwischen sachen und vor allen dingen auch zwischen dem kopf und der welt weißt du also so ein bisschen dieses ding was in deinem kopf dir vorstellst das wird auch wahr das ist irgendwie so dieses dieses ding was ich irgendwie verfolge dicker und es ist also so wenn es mir irgendwie schlecht geht so muss ich ehrlich sagen dann dann sage ich auch ein gott bitte hilf mir ja das ist jetzt nicht so dass ich dass ich das jetzt irgendwie vollkommen vollkommen ablehne so aber dieser begriff an sich den habe ich hätte irgendwie diesen gott begriff so den habe ich halt für mich irgendwie so festgestellt so und das hat jetzt aber nicht so viel mit der mit der küche und der unter und der auslegung an sich zu tun weißt du sonst einfach so ein gefühl was ich für mich habe und was ich auch gar nicht weiter definieren musste gar das ist einfach ein gefühl was ich habe und möchte es jetzt gott nennen oder nicht dann ist es egal aber solange ich mit diesem gefühl bin und irgendwie ein guter ja und irgendwie guter mensch bin so habe ich das gefühl dass das 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 gut ist so und dass da auch irgendwie dass da irgendwie hilfe sozusagen von außen kommt oder oder unterstützung es ist mega schwieriges thema so also jetzt habe ich irgendwie so versucht so ein bisschen anzuschneiden aber eigentlich habe ich gar keine ahnung dicker und es ist einfach nur so ein gefühl was ich habe und also trage ich einfach weiter so mehr kann ich dazu gar nicht sagen die gast ist so was willst du sagen du kannst ja das ist gottes was was du dir nicht vorstellen kannst eben weil deswegen bist du ja ein mensch und gott ist gott und deswegen was willst du darüber reden man kann nichts sagen außer dass was irgendwelche anderen menschen gesagt haben die es dann aufgeschrieben haben so aber eigentlich ist das ist dieses übernatürliche war eher was was einfach nicht zu fassen ist und deswegen wie sich darüber reden dicker naja dafür dass du nicht weißt wie du darüber reden kannst hast du meiner meinung nach aber wirklich ziemlich cool beschrieben wie du mit dem glauben und deinem glauben umgehst ich habe da echt respekt davor ich finde auch dass das was du gesagt hast richtig ist dass jeder seine eigene interpretation und seinen eigenen glauben haben darf unabhängig davon jetzt wie wer was vorschreibt ja weil glauben ist ja auch etwas sehr intimes ja ja das ist ja auch gar nichts sein was ja du musst ja dich auch also wer sagte denn dass du dir jetzt auswählen muss zwischen zwischen christentum buddhismus und und islam oder sowas also ich meine du kannst dicker du kannst ja glauben an was du willst dicker ne also ich meine du kannst auch glauben dass diese pflanze der ursprung allen lebens ist und kannst dieser pflanze huldigen und es ist scheißegal macht auch so ne also wenn dir es geht ja eigentlich nur darum dass du dass du deine kraft daraus ziehst und ein besserer mensch wirst und wie du da hinkommst dicker ja und wenn das ganze noch ein bisschen mit respekt ähm zu anderen das ist halt die oberste priorität ne also es geht halt darum dass du dass du wirklich auch also dass du eben diese gleichheit anerkennst du ne wenn du da wenn du sagst okay es geht irgendwie um energien dann musst du halt auch einsehen dicker es ist also als ob das jetzt bei aussehen halt macht so ne dicker bei jeder bei jedem mensch bei jedem tier sind diese energien am start boop fertig aber es ist ein heftiges mindset mit ähm also das ist nicht zu unterschätzen wenn du an dem ich glaube wird auch passieren und du bist mit fester überzeugung so dass du sagst ich habe mir das in den kopf gesetzt und das wird so passieren ja ist es ein nicht zu unterschätzen der gedanke und so das ganze mindset drumherum da habe ich echt respekt davor es gibt wirklich menschen die sind so ich bin nicht jeden tag so ich bin auch mal geplagt von zweifeln und glaubt mich an heute das ist auch das ist ja genau das ding dicker also das sagt man sich ja eben jeden tag weil man diese zweifel hat also das ist ja das ist ja ein täglicher kampf dicker und ich habe auch die miesesten zweifel dicker und ich denke manchmal auch dicker was machst du hier so weißt du das wird doch alles irgendwie aber so kennst du the secret diesen film da geht es halt genau darum er musste sich mal reinziehen bei netflix ist irgendwie bisschen bisschen sehr plakativ irgendwie und wirkt irgendwie ein bisschen manchmal wie so eine dauerwerbesendung aber im prinzip ist es genau das dicker das was du dir in deinem kopf vorstellst das wird auch die realität und das ist ehrlich auch gesagt ehrlich gesagt auch also so habe ich das halt auch erreicht mit der mucke und so ne digga ich stehe jeden tag auf dicker und sagt mit ich werde es schaffen ich werde es schaffen so es kommt auch kein anderer und sagt zu dir du wirst es schaffen wenn du es nicht selbst zu dir sagst was warum hast du zweifel woran zweifelst du dicker jeder mensch zweifelt an sich glaube ich aber also ich mache selber die beats dicker und mache selber diese mucke und sitze jetzt seit februar in diesem studio und habe keine resonanz sozusagen und jetzt kommen die ersten checks raus dicke aber wenn du selber nur diese sachen hörst und vielleicht mal deine arzten denen zeigst dass die sagen ja geil ja so wie immer aber so wenn du dir jetzt wirklich die ganze zeit den eigenen scheiß rein ziehst dann und ich bin so jemand der findet das dann ganz schnell scheiße so dann bist du einfach bist du dir einfach irgendwann nicht mehr nicht mehr so richtig sicher ob das geil ist es ist mein erstes album dicker ich habe wirklich noch nicht so wirklich eigentlich noch gar keine resonanz dicker und dann sitze ich da dicker und höre mir diese tracks an und dann gibt's tage wo ich sage oh digga es ist ja so ein haufen scheiße alles und am nächsten tag höre ich das und denke mir digga das ist das aller krasseste album digga das ist der shit und dann nächsten tag halt wieder andersrum digga und das ist wirklich jeden tag bei mir so bei mir ist immer so extremer so mir geht es immer entweder richtig gut oder richtig scheiße so und deswegen kenn ich ganz viele leute die so sind die so extrem sind richtig gut richtig schlecht deswegen muss man da halt immer selber gegen arbeiten und hat mit seiner krassen sturheit auch wenn man gerade voll in irgendwelchen depressionen gefangen ist so muss man immer sagen dicker so ich schaff das auf jeden fall und so ja und dazu kommt auch dass ich eine wunderbare frau habe soll die mir da auch übertrieben hilft digga also ohne die wäre sowieso sender hätte ich sowieso gar nicht geschafft cool dass du das ansprichst zeugt von so dass man auch das ego mal zur seite legen kann und jemand anderen props geben kann so ja bin ich gut dass du das sagst ja danke du weißt du zweifel sind normal ich habe auch zweifel jeder mensch hat zweifel ich bin sozialarbeiter hier in berlin und was denkst du was für zweifel mich plagen wenn ich abends mein bett liegt und das gefühl habe ich kann nicht jedem gerecht werden ja ja das ist auch noch mal so ein anderer bekomme ich bin ja eigentlich mir geht es ja nur um mich digga ich kann das alles selber beeinflussen digga aber du bist ja in einer rolle digga du versuchst ja wirklich du versuchst den menschen zu helfen und wenn das nicht klappt so dann schreibst du es erst mal dir zu denke ich mal so absolut aber bei dir auch das ist halt ein krasser hustle bei dir ja aber auch so weißt du du bist künstler du gibst ja auch den menschen was gerade vielleicht auch in dieser situation wo die menschen so abhängig von kunst sind ja wo das ganze ding so wichtig ist wo soziale interaktion über kunst stattfindet weißt du und dein job ist es jetzt gerade so wie mein job ist es jetzt gerade die menschen zu unterhalten zu beeinflussen ihnen hoffnung zu geben dass quasi das alles nicht im arsch ist du hast neulich auf spotify ich glaube über dein label so einen schönen so einen schönen track gepostet ja ohne kunst und kultur wird es stehen genau wo und stille genau zwei minuten stille und stell dir mal vor wir denken das mal weiter weißt du dementsprechend hast du eine verdammt große verantwortung als künstler deiner gesellschaft ein stück weit künstlerisch das zu geben was sie verdient ja voll dicker das ist ja auch der grund weshalb wir das gemacht haben diese aktion und ich hoffe auch dass die leute dass dass die leute das sehen weil das das frage ich mich dicker was die leute sich denken wenn sie diese zwei minuten stille hören so weißt du ob sie sich jetzt denken ja mann wenn es jetzt alles so wäre dann wäre ich voll im arsch oder denken sie sich so was das denn soll ich dir sagen was bei mir los war und jetzt gibt ihr mal den film ich gehe auf den track ich mache handy neu ich mache mein handy auf neustart ich dachte spotify kackt ab ich gehe wieder drauf ich sage nichts ich sage ach so kein wunder ist ja auch stille dann habe ich den film erst gecheckt ich dachte es ist ein track über dass es still wird et cetera aber nein und und genau das war ja auch der gedanken wie es ablaufen sollte dass du selber auf diesen trechter trichter kommst das war eigentlich genau die intention cheers auf diese idee ihr habt mich richtig geflaxt aber dann ist mir auch mal aufgefallen so wie wie gewohnt und ich und verwöhnt ich auch bin weißt du wie abhängig ich auch davon bin dass es läuft wenn du auf play drückst ja und wenn es nicht mehr läuft so dass mir ein riesen stück fehlt dann einfach safe dicker ich bin immer hier auf prepaid dicker leica mobile dicker und immer wenn es zu ende ist gibt es mal so zwei tage dann oder so einen abend so weißt du so dann habe ich noch nicht aufgeladen dicker dann fahr ich so vom studio nach hause und habe kein internet so und ich bin so im arsch dicker das glaubst du überhaupt gar nicht ne aber man ist wirklich so dicker was mache ich jetzt 40 minuten nach hause dicker krise was soll ich jetzt machen dicker so du bist richtig so du bist im arsch ja wir sind abhängig und gerade auch die gesellschaft von kunst abhängig wir fans sind von euch künstlern abhängig so wie ihr künstler und künstlerinnen von euren fans abhängig seid das ist es beeinflusst einfach alles ne jeder beeinflusst sich und dementsprechend ja hoffen wir dass das ganz bald wieder bergauf geht und hoffen wir dass du nicht in dieser extremitäten von denen du erzählt hast so entweder gut gelaunt oder schlecht gelaunt zu sein dich fängst also dich nicht wieder fängst und halt ständig in diesem schlecht gelaunten bleibst zum beispiel und dann dass da nichts mehr kommt ja dicker es ist auch also ganz viel hängt natürlich auch mit diesem mit so einem mit so einer mit so einer gewissheit zusammen also hätte ich jetzt irgendwie ein arsch für geld und schon album release dicker dann wird es mir auch tausend mal besser gehen sondern aber es gehört halt dazu dicker ich habe jetzt halt angefangen so damit und da muss man halt erst mal durch die durch die scheiße gehen da ist man erst mal broke und so aber ich bin lieber richtig broke in meinem studio als mit dem arsch für geld bei mir zu hause und deswegen dicker gehört dazu sich letztlich ich wollte gerade sagen wichtig ist zu sagen dass wenn du dein wohl befinden an solchen dingen festmachst ob du geld hast du nennst mir geht es gut ich habe geld mir geht schlecht ich habe kein geld wirst du ganz häufig ganz schnell und tief fallen ja dicker aber andererseits ist natürlich so dass nee hast natürlich ja nee hast natürlich rechtiger aber das das ding ist einfach dass du auch also es ist ja nicht so dass du das ausblenden kannst sondern dieses thema ist so präsent die ganze zeit dass natürlich so handeln musste als wäre es nicht präsent so aber wenn wir ehrlich sind dann drückt zeit die ganze zeit im kopf natürlich wenn du am ende des monats du weißt die rechnung werden nicht bezahlt etc miete krise alles liegt quer ich bin hier ich will jetzt nicht der sein der sagt so ach komm das ist doch alles halb so wild und so ich kenne die realität so und cash rules hundertprozentig ja wir leben in so einer gesellschaft nur für die für die psyche sag ich mal für die für dein gehirn und auch für dein herz für den menschen so ich wünsche einfach meinen mitmenschen auch extrem dass sie sich nicht so abhängig von diesem haben oder nicht haben machen dass sie nicht alle abkacken wenn dann der stecker gezogen wird weißt du es geht auch eigentlich also ist jetzt auch nicht so dass ich dass ich morgens aufwache und mir denke so boah dicker wie krieg ich jetzt eine milliarde so dass ich immer mehr geld habe so sondern ich will einfach nur ich bin gechillt leben dicker ich will morgens aufwachen und ich will was nices frühstücken dicker dann will ich in mein studio gehen dann will ich meine mucke machen und dann will ich da noch mal was nices essen so und dann will ich vielleicht wenn es richtig gut läuft noch mal irgendwie mit mit uber nach hause fahren dicker so weißt es sind nicht viel aber so eine gewisse so eine gewisse gelassenheit so dass nicht jeden tag irgendwie so weißt du durch mit dieser kackbahn so einmal eine stunde irgendwie durch dann noch ein trockenes croissant dicker und dann so auf crack im studio und dann mal irgendwie das oder so das einfach das einfach so eine gewisse ja ich nenne es jetzt mal luxus weil es ist einfach ein luxus so dass so ein gewisser luxus besteht dass man einfach so diese diese gelassenheit hat sich wirklich nur auf mucke konzentrieren zu können aber so dicker das meckern auf mies hohem niveau das kann man immer weiterdenken so andere leute werden sich über dieses trockene croissant freuen ist es auch mir ein bisschen aber so aber es ist einfach so jeder mensch hat 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 sein film und man kann immer sagen wenn wir jetzt hier in der ersten welt irgendwie rumjammeln ja die gehalten an der fresse aber was willst du machen dicker also das ist halt das was irgendwie den 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 tag bestimmt ich denke man sollte nicht vergessen ein stück weit wo man herkommt wohin man hin will man darf vielleicht auch nicht alles ausblenden was links und rechts von einem läuft so ja aber es ist natürlich auch wichtig wie du zu sagen weil ich habe ziele da und da möchte ich hin und du gibt leute die sagen mein ziel ist es multimilliardär zu werden und hat die haben ganz andere vorstellen als jetzt du der jetzt ein bisschen musik machen will und mit uber fahren will ich hätte jetzt auch kein problem mit multimilliardär zu sein aber es ist jetzt nicht so dass ich dass ich also wenn ich das wollen würde dann würde ich auch keine mucke machen so dann würde ich mir andere sachen suchen also ich will schon ich will mit dem was ich liebe will ich so viel geld wie möglich machen weißt du ohne dass ich was machen muss worauf ich keinen bock habe nur wegen dem geld so das ist das die diesen podcast nehmen wir und ist was du gerade gesagt das machen wir quasi als überschrift ja weil das ich liebe das wenn leute so denken dass sie ihre berufung zum beruf machen und damit natürlich versuchen so viel wie es geht rauszuholen hundertprozentig wenn du leidenschaftlicher musiker bist du liebst es du kannst andere leute damit flaschen beeinflussen inspirieren motivieren wie auch immer hast du das recht damit gas zu geben so ja und wenn du gerne haare schneidest genauso wenn du gerne brot backst genauso womit ich immer ein problem habe ist einfach weil es mir sehr leid tut wenn das nicht so ist wenn menschen den job nur machen des geldes wegen sich irgendwie weißt du verkaufen quasi das war ja genau das weshalb ich halt die ganze zeit diese filme geschoben habe so in meinen als ich dann 20 21 war und so weil ich halt wirklich also ich habe da nur ans geld gedacht ich bin nicht an die tu gegangen weil ich mir dachte oh matte maschinenbau so ich bin in der hänge gegangen weil ich mir dachte okay wie mache ich einen haufen cash ja ist oft so ne ich glaube sogar dass du in der schule ein stück weit auch dahin erzogen wirst übertrieben dicker das ist ja voll dieses also du fühlst ja eigentlich nur das schulsystem in der uni weiter nur dass noch viel krasser auf dich geschissen wird so ne aber im prinzip bist du genauso am sachen auswendig lernen die du danach nie wieder in deinem leben brauchst also selbst wenn du jetzt natürlich ist es wichtig dass du die grundlagen lernst aber wenn du dir wirtschaftsingenieurwesen gibst du dann lernst du den ganzen tag rechnung die du in dem in deinem job den du dann hast alle automatisch am computer machst du ne also du gibst dir die ganze zeit diese grundtheorie damit du es damit du es halt kannst so aber das hast du halt alles mehr oder weniger wieder vergessen wenn das also unterstelle ich dem jetzt mal wenn das studium zu ende ist und machst dann halt deinen deinen jobs und da ist es ja es gehört irgendwie dazu und ohne würde es natürlich auch nicht gehen aber es ist es ist ein ganz finsterer film irgendwie weißt du da die ganze zeit zu sitzen und diese scheiße auswendig zu lernen und wenn du kein überbrain bist dicker dann ist es auch richtig hardcore und dann hast du die ganze zeit so diese leute kennst du diese leute dicker die da sitzen und alles checken beim ersten mal hören dicker und davon gibt es dann so ein paar und dann denkst du dicker so was soll ich hier dicker wenn es die leute gibt weißt du so war als ob sich so als ob ich mir jetzt hier den arsch aufreiße sieben jahre dicker so wenn das wenn ich kann nicht mehr besonders gut darin bin so besser ja jede erkenntnis ist richtig und wichtig ja die dir sagt dass das was du machst gut oder schlecht ist würde ich jetzt einfach mal auch so mit übernehmen kommen wir mal ganz kurz zu dem punkt du bist kurz davor ein album zu bringen ja wann kommt das eigentlich 27 11 27 wann wird es ausgestrahlt hier keine ahnung an irgendein freitag um 20 15 dann ist jetzt wahrscheinlich schon draußen kauft mir ein album ja reden wir doch mal ganz kurz über dein album stil technisch erwarten dürfen deine fans und supporter supporterin das erwarten was wir von dir kennen boom bap auf die schnauze straße berliner schnauze so ja aber mehrheit also ich hab viel hat man jetzt gesehen die ersten zwei tracks waren waren boom bap davon sind das auf jeden fall auf dem album vertreten das wird nicht irgendwie außer acht gelassen aber es sind 15 checks dicker vielleicht so vielleicht so ein drittel boom bap dicker und der rest ist dann wirklich also viel so viel so 808 sachen so wie die war und jetzt der nächste check der rauskommt ich gehe nicht ackern ja hat so fiese 808 sound so dann gibt es dann gibt es paar sachen die so in richtung drill gehen also so um die keine ahnung bpm aber dicker viel stuff und dann halt auch so sachen wie ich weiß gar nicht wie in welche richtung man das jetzt machen würde es ist halt 100 bpm so oldschool einflüsse 808 besser weißt du also es ist irgendwie so und ich habe halt versucht meine meine einflüsse die ich habe diese ganzen oldschool einflüsse zu nehmen und irgendwie auf was neues zu münzen und auf meinen sound und am ende ist dann halt viel so ich habe viel so drum breaks irgendwie gesampelt die du dann irgendwie die du dann halt so für die für die für die für die high hats und wir benutzen nur die high hats davon und die snare weißt du also und diese ganzen drums und du nimmst den drum sample karte ist da die ganzen tiefen raus und dann hast du halt so und dann machst du da drunter halt ein miesen 808 bass statt so eine statt so einen typischen bass wie bei dem oldschool sound so und dann machst du noch nie schnelle high hats so und dann weißt du da also ich habe versucht so irgendwie mein mein ding zu finden mit dem was ich halt erlebt habe so und und kenne und da was neues draus zu machen ohne mich jetzt die ganze zeit daran zu halten was die was die anderen machen so ne und ja ich glaube das ist mir ganz gut gelungen so also ich glaube jetzt nicht dass du das album hörst und die denkst du bohr digga papp gemacht jetzt papp gemacht jetzt trap so sondern ich glaube du wirst das album hören und sagen ja digga papp gemacht seine pappke musik digga weißt du also ob also da kann auch drill dabei sein und da kann auch dies dabei sein und das dabei sein so wenn es album hörst dann ist pappke mucke digga gauner mucke du ich freue mich sehr drauf ja ich finde auch gut dass deine mucke einfach pappke mucke heißt so weil letzten endes will ich ja nicht xy mucke hören von irgendwem sondern ja du das war auch das war halt auch so ein aus dem prozess da wieder hinzukommen weil ich habe eigentlich so ich habe halt natürlich immer meine beats selber gemacht so aber auch immer für mich auf dem level du siehst die ganzen mainstream leute so und denkst okay die sind schon ganz geil deine beats aber so richtig mithalten können die jetzt noch nicht so und dann habe ich den vertrag unterschrieben und war so okay digga ich brauche jetzt die miesesten beats von den miesesten leuten so und hab dann hat mir dann sachen schicken lassen so und mir sachen angeguckt und das war aber alles nicht so richtig das was ich wollte so und habe ich mich irgendwann scheiß drauf selber hingesetzt so und das gemacht und dann ist halt zufälligerweise also einfach genau das rausgekommen was ich wollte so wirst du und dann habe ich mir gesagt okay digga scheiß drauf so ob das jetzt gut ist oder nicht digga du machst jetzt einfach deine beats und am ende sind sie entweder gut oder nicht und dann ja habe ich mich halt so damit angefreundet und mir noch ein bisschen mehr reingezogen und versucht diese versucht diese sachen auszuarbeiten so dass ich dann zu dem punkt gekommen okay digga ich finde meine beats selber so gut dass ich die jetzt auch so auf das album machen würde und deswegen ist es dann auch so ein pappgesound geworden weil also hätte ich jetzt irgendwelche anderen beats von irgendwelchen leuten die ganze zeit genommen sondern wäre es halt ein ganz anderes album so dann wäre es wird es vielleicht nicht so dann wird es vielleicht irgendwie irgendwie keine ahnung sauberer klingen und nicht so rough weißt du aber dann wäre halt irgendwie so die seele von dem album vielleicht nicht so nicht so da wie es jetzt ist weil jetzt digga höre ich halt das album und das ist so das film einfach das richtiger film so und genauso muss für mich halt sein weißt du so du musst die mucke hören digga und muss richtig film schieben ja ich freue mich extrem kopf ja ich freue mich auf den pub gefilmt ja und bevor wir hier zum ende kommen du siehst ich habe hier ein schwarzes buch auf meinem tisch naja das ist mein gäste buch wir dürfen immer meine gäste reinschreiben und das was sie reinschreiben richtig dann quasi unbekannterweise den nächsten gästen aus beziehungsweise dem nächsten gast aus und mein letzter gast war da waren das eigentlich naja guck mal die ilo die ilo ist sagt ihr was der name ilo ist auch eine berliner berliner artist musikerin rapperin und lässt sich fragen was ist dein lieblingstier welches tier ist dein lieblingstier jetzt sag mal was keine ahnung mein lieblingstier wolf ja keine ahnung nicht hund ne wieso hund du meinst jetzt so viel zum haben ne also warum kommst du auf wolf und nicht hund du kommst ja auch nicht auf zebra keine ahnung ich hätte jetzt auch bär sagen können oder irgendwie so einfach irgendwas starkes cooles keine ahnung naja du die erste der erste impuls ist oft der interessanteste ja du hast wolf gesagt ja ich feierwölfe coole tiere soll ja auf jeden fall aber keine ahnung digga so lieblingstiere ich könnte jetzt auch nicht sagen was meine lieblingsfarbe ist oder mein lieblingsessen digga keine ahnung digga das ist halt so ne ich könnte mich dann niemals festlegen digga morgen ist es halt wieder was anderes ist genau das merkst du auch auf dem album digga weißt du das ist halt so du merkst halt digga das sind alles sachen die ich tot gefeiert habe aber du merkst richtig diesen prozess wie ich so durch diese durch mich selber gegangen bin und diese verschiedenen diese verschiedenen gefühle die ich hatte und diese ganzen sachen dann so auf biet gebracht habe und das ist digga heute solche wolf und morgen dann bär und übermorgen feiere ich diese marki affen digga die sind geil du darfst auch gleich noch reinschreiben für den nächsten gast wiederum ja und ja schreiben digga das darfst du dir in ruhe aus und musste jetzt nicht sofort machen aber vielleicht ein gruß eine frage wie auch immer worauf du bock hast und ja du darfst deine letzten worte gerne deinen fans supportern und supportern ausrichten am besten in deine kamera ja danke dass ich hier sein durfte hat auf jeden fall mit spaß gemacht alter ich feiere jeden der mich supportet alter finde ich auf jeden fall die resonanz bis jetzt digga war richtig geil ich hoffe dass der nächste scheiß euch auch gefallen wird so ich habe mir auf jeden fall mühe gegeben so und ja was soll ich sagen digga peace ja haut da rein ja freunde das war tv straßensound unser offizieller podcast hier und checkt auf jeden fall pappke checkt uns record der podcast mein name ist budak ich würde sagen wir sind raus von uns gibt es ein dickes peace bis zum nächsten mal ciao